Hallo zusammen, heute bin ich hier in Leipzig und direkt hier im Westen Hotel, aber mein Ziel ist auf Weihnachtsmarkt, direkt auf Leipziger Markt. Wir sehen uns bis dahin und das wäre da, hoffe ich, dass du noch mitspiel. Bis dahin, ich zeige euch die Highlights vom Weihnachtsmarkt. Bis dahin, tschau. So, ich nähe jetzt den Weihnachtsmarkt. Das Marktplatz Leipzig, das ist ein altes Rathaus. Und der erste Eingang der U-Bahn. So, das ist ein Leipziger Weihnachtsmarkt. So, das ist Allgäu-Käser-Spätze. Das ist Allgäu-Käser-Spätze. Das ist Allgäu. Das ist Allgäu-Käser. Oh, Mandel hier, frisch gebrannte Mandel. Sie haben so leckere Sachen hier. Oh, das ist schön. Frisch ist die Weihnachtsstimmung. Hallo. 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 Wie läuft denn das Geschäft? Oh ja. Gut, ja. Ich bin so YouTuber. Ja, ich nehme so ein bisschen auf und da können Sie heute Abend so zu Hause angucken. Wunderbar. Ja, Sie sind von hier in Leipzig? Ja. Ja. Und seit wann betreiben Sie dieses Geschäft? Wir machen es ehrenamtlich. Das ist ein Leidensklarun. Aha, okay. Aha, von der Leidensklarun. Ja, okay. Super. Und Sie sind es seit... Wann haben Sie so aufgemacht hier? Ich kann Ihnen das nicht erklären. Wann haben Sie so Weihnachtsmarkt aufgemacht? Oh, schon lange. Ja, das ist schon eine Woche her. Eine Woche her, oder? Ja. Ja. Das ist eine Woche her, oder? Wann Sie aufgemacht? Am 28. November. Ah, so. Das ist schon, ja. Okay. Und es geht bis so am...? Bis zum 21.12. Kurz vor Weihnachten. Ja, okay. Na dann. Viel Spaß noch vor Weihnachten, ja? Schauen Sie sie heute Abend so. Ja. Bei YouTube. Das ist der Chef in der YouTube. Ah, das ist ein noch besser Chef, ja. Kannst du ihn auf YouTube? Ja, bei YouTube, genau. Okay, that's great. Ja, ich lasse meine Kanäle hier. Da können Sie sie heute Abend oder morgen anschauen, okay? Und seit wann betreiben Sie diese Geschäfte? Wir machen das schon immer mit diesen zusammen. Für diese European Auto Classic. Okay. Und das Geld geben ist ja für guten Zweck. Aha, das ist super. Für aktuelle Sachen. Manchmal für ein Jugendprogramm, Lions Quest. Ja. Manchmal für einen Sportverein, manchmal für ein kulturelles Objekt. Ganz verschieden. Und Sie sind ja von Leipzig, ja? Ja, ja. Geburtiger Leipziger. Nein, nicht geboren, aber lebe schon 30 Jahre in Leipzig. 30 Jahre, ja. Das ist schon wie geboren. Ja, na ja. Oder so wie ich. Nur ich kann nicht sächsisch. Das gehört dazu. Ja, ja. Jede Region hat seinen so Akzent. Okay. Ich bedanke mich. Aber Sie können so ruhig sagen. Sie wollen was erzählen? Nein, nein, nein. Ich würde Ihnen nur ein schönes Weihnachten geben. Ja, danke. Das gleiche. Feiern Sie Weihnachten. Ja, das ist ja. Nein, nein, in jeder Fall. Weihnachten. Okay. Alles gut. Schön. Und viel Spaß noch. Und wir hoffen noch Umsatz. Ja, danke. Ja, das Geschäft hat alles gut. Ja, das Geschäft hat alles gut. BIGworks. Danke. tumorscheidig. ahorla schnitz. ähnliches. Untertitelung des ZDF, 2020